nur wenn ich mahnheim pumpen will naja dann würd ich sagen viel spaß pflanze eins zwei drei vier grader sechs wir haben sogar gemutet bin ich nicht schön ne bist du nicht viel spaß pflanze sowas hat er sich von da gut ok ähh bam 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 mach mal diese komischen ingots hier fertig fertig ich kann nämlich gleich Kabel legen ne Zeit brauche ich glaube ich paar Blümchen haben wir irgendwo noch Blumen oh mein Gott ist die Kiste schon wieder voll oder was keine Ahnung diese ganze Baumkiste die ist dauerhaft voll ja ne 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 ja mach doch einfach enderpunch auf und rein damit ja enderpunch auf und rein damit sachen die ich brauch ist klar die du jetzt nicht brauchst was brauche ich denn das sehe ich gerade das sehe ich gerade dass du im öffnen bist jetzt tut er cobblestone hier rein ja genau tut er da auch noch rein ja genau clay habe ich auch noch gesehen clean stone ja genau pack auch noch ein gammeliges schwert rein du hast gesagt mal auf und schwert rein für unschuld kommt aber nix mehr jetzt ach schade das hat schon wieder zugemacht die gäste komm brett mal ein bisschen schneller hier weil ich schwatter nämlich drauf das muss jetzt schon wieder reingeschmissen was gemacht ja ist doch schon weg ich stand nicht mehr davon ich weiß nicht was du auch reingeschmissen hast keine ahnung für glas haben jetzt noch auch glas panels haben wir genug nachher dann können wir noch mal ein stack hier machen okay der macht das da mache ich so lange die panel zu da brauche ich scheiben und iron dinge 1 2 da habe ich die kiste wieder gehört da habe ich die gäste wieder gehört da trollt er mich ja klar nom 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 mach die kiste nom 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 ja ja mal nom 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 auf so auf nom 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 also ich schmeiße soll ich dir mal was mach mal auf mach mal genäht aus mach mal auf hier kiste friss ich glaube das ernsthaft oben drauf liegen nom 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 da hat es sich aus du hast noch reingeschmissen jetzt ach ich habe nur was drauf gelegt ich dachte ich frisst das so weißt dass du so ein bisschen kleinen jock machen hier Du bist behindert, ich weiß. So, ein Stack. Du bist richtig, richtig hart behindert. Eins? Nein, ein Stack reicht uns nicht. Oh, ich hab keine... Nein, es reicht uns nicht. Ach du Kacke, wir haben kein Glas mehr. Ich war das nicht. Du meinst kein Sand mehr? Sand haben wir noch 44.000. Ich hab ja schon wieder was verschwendet. Ja, du verschwendest auch immer alles. Wir brauchen noch einen schnelleren Ofen, der einfach so... Der so... So durchpfeffert. Ah, Flash. Kann man das hier nicht machen, mit Mana Pool oder so? Stell mich da hin und versaug mir mit dem Mana. Glaube ich, geht nicht. Na, ich glaube ich auch nicht. Läu ist meldet da komplett. Das wird viel zu schnell dunkel, ne? Nell. Nell, so einfach so. Kann man ja mal machen. Uuuh. Wusch. Erstmal mal. Kohlepflanzen wieder füttern. Warte mal, der kann doch... All's melting. Always. Always active. Furnace only? Ah, okay. Ne, ich hab grad was geguckt. Und ich hab mir jetzt überlegt, wenn ich was craften will, dann werde ich alles sowas vorbereiten. Ja, so hinlegen, ne? Ja, auch offscreen meine ich jetzt. Okay. Weil sonst, das dauert so extrem lange. Kommst ja gar nicht voran. Komm ich grad auch nicht, warte auch nicht auf die Sachen. Sag ich ja, du kommst gar nicht wirklich voran. Aber muss ja so laufen. Strom haben wir noch. Also, ich würd sagen, die Blume ist fleißig. Aber der Mana-Pol ist aber leer. Ich war das nicht. Blank Page, okay. Ach, das ist so ein Magic-Rezept. Ah, okay. WTF hatte hier noch ein Backpack reingeschmissen. Okay. Das Problem ist, wie gesagt, das frisst so viel. Möööö. Sagt er einfach Möööö. Ach, jetzt warte hier. So rum die Blume. Gleich, keine Ahnung. Die hat ja ne größere Reichweite, einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mana-Pol zu machen und die alle vollpfeffern. Einfach nur das kannst du ja vorbereiten. Mit dem Pool. Einfach ne Riesenproduktion. Dann hast du echt dauerhaften Mana für die Nome. Die hat so minimal Grad. Braucht ja auch viel zu viel dafür eigentlich. Ist doch egal. Aber wenn du mal wüsstest, wie das gerade bei mir aussieht. Na, gucken, komm. Hab eh gerade nichts zu tun. Ich muss auf die warten, bis das geschmolzen ist. Komm, wahrscheinlich auch wieder Joao. Joao. Wahrscheinlich auch. Ich hab mal Knet aus diesmal. Lol, das irgendeine schießt erstmal Pink hier lang, oder was? Ja. Ach, das ist der Elfen. Ja. Das macht auch Sinn, weißt du? Du schickst über dem Elfen, über kleine, über kleine wieder in den Elfen. Ja. Ich hab nicht so viele von den Elfen-Dinge. Ich wusste natürlich, bis er hier fertig ist, ne? Hm. Renn mir doch mal direkt den Weg rein, du Arsch. Und das ist ein Redstone hier. Okay. Was ist das andere? Man, normaler Mana-Spealer, der Wetzter Mana-Spealer, Elfen Mana-Spealer. Ach, ganz kurz. Egal. Einfach mal runterspringen. Problem ist, braucht man mehr von den Living Wood. Ach, fast da. Ist so teuer. Hä? Ist bestimmt zu teuer, ne? Living Wood. Ja. Hier muss ich jetzt mal abholzen. Ach so. Stehen hier doch. Stehen hier doch? Ja. Na, ich steh dann. Warte, ich komm wieder zurück. Und... Neu. Hallo, Katz. Neuuu. Ach, das? Da muss... Ach, das machen die Pflanzen, oder was? Einfach nur mal das Heustrum gesetzt werden. Ah, okay. Und dann machen die Living Wood raus. Okay. Ohne Mana. Ach, und das Gobble Store machen sie Living Walk? Nein. Okay. Das Living Walk steht einfach nur so hier. Jo. Hab ja noch zum Vorhaben genutzt. Okay, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie sinnvoll. Das habe ich einfach nur zum Bauern genutzt. Okay. Weil ich gerade nichts anderes im Winter hatte. Und keinen Bock, gerade rauszuholen. Dann schmeiße ich die gleich erstmal durchs Portal, dann habe ich von den Elfen, von den Greenwood was. Kann ich mir davon welche machen? Boah. Ja, komm. Ja, komm. Muss ich mir nochmal die Kratzer daraus holen. Die Kratzer, die Kratzer daraus holen. Oder mehr schmilzt jetzt. Eins, zwei, drei, vier. Und Portal aktivierisch. Okay, machen wir das so. Aber du wirst stackweise rein. Anstatt dass mal gleich so rauskommt. Nein. Es ploppt alles Einzelne raus. Ja, warum mal nicht? Es ist behindert. Erstmal warten. Oh, ich warte die ganze Zeit auch noch, bis es hier läuft. Ich muss warten, bis es rauskommt. Ah, Flower. Was ist das denn für einer eigentlich? Oh, die ist ja noch.